Äh, Hendrik, 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 warte, ich möchte, dass du ein Wort für mich sagst, okay? Ich möchte, dass du Apfelmus sagst. Apfelmus? Okay, er ist es. Gabel, wir sind in einer Runde jetzt, bitte mute dich. Willst du mal einen Kaffee trinken gehen, Julia? Ich schicke meine Nummer. Gabel, Digga, das ist hier keine Love-Show, Digga. Das wäre gewendet. Äh, ich möchte kurz wissen, wo gerade jeder ist. Ich bin in Edmund und habe vorher Julia in Medbay gesehen. Du bist von Medbay rausgab und ich bin mir nicht sicher, ob du aus dem Schacht kummern bist. Okay, das ist, warte, warte, warte. Ich sehe dich da nicht. Psch, 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 psch. Vor Edmund. Hey, du siehst doch gar keinen. Wir sind doch jetzt alle in der Mitte. Meine Hauptverdächtigen sind Nils und Julia. So. Wow. Wer von euch, ich hab ne Frage Wer von euch war als erstes in Midway? Ich glaub er Weil das Ding ist, ich stand in Electrical und hab jemanden gesehen, wie er gewendet ist Mein, äh, also dieser Vent ist so aufgeklappt, ne? Dann bin ich schnell Storch gerannt Er meinte Security gerannt und dann lag Marvin da So einer von euch beiden ist es jetzt Weil ihr beide in Midway war und wieder zurückgewendet seid Ich bin nicht gewendet Wenn er kurz sagt, es ist vergewendet Und ich denk, dass du aus dem Vent gekommen bist Dann bist du's für mich I'm so sorry, ist so Also Ich bin nicht gewendet Also Erik kann's nicht gewesen sein Ja, wo soll's Könnt ihr mal einen Ingame-Namen sagen? Wie heißt'n noch so, hä? Wie heißt'n alle so wie Discord Ja, ihr wisst auf ich, ich heiß halt Mika auf Discord SOS 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 Das ist ein großer Verlust jetzt so, ne? Bester Imposter Bester Imposter Das ist das dritte oder vierte Mal Wenn du's einmal schaffst, den Akzent richtig zu machen, dann hätte ich sogar Respekt vor dir Aber so geht's nicht Ich wohne halt auch nicht Ich weiß'n, du bist der Oberlandler Der Oberlandler Du bist der Oberlandler Du bist der Oberlandler Du bist der Oberlandler Fuck Fuck Er hat das nicht gesehen Geh zu Shit Ich bin so ein Trash, Digga Ich wente einfach Wer wär's jetzt? Wen hast du gefunden? Ich glaub' ich geh für Self-Report Dominik, wo liegt die Leichte? Ich hab'n auf Camps gesehen, ich war muted Ich hab'n auf Camps gesehen Ja, genau! Auf Camps, Bro Wer? Wer? Wo? Der Clayton hat, ich weiß nicht wen umgebracht Auf jeden Fall hat er jemanden umgebracht Das Ding ist, guck mal Das Ding ist, guck mal mal Wenn du shootest jetzt auf Dominik, ne? Und sagst, dass du Self-Reportest und er schiebt das jetzt auf dich Ja, aber ich wusste ja nicht was Ja, okay Oh, bitte, bitte, wir haben dann gewonnen Ich hab das auf Camps gesehen, bitte Vertrau mir Junge, das war so ne gute Runde, ne? Ihr Hunde Look at the way that feeling Wer hat noch jemand getrunken? Ich def Ey Jungs, was geht ab? Ich bin grad Pizza geholt Was geht? Sprachen lernen, Babbel Aber jetzt hab' ich ne geile Pizza Uh 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 Graue Farbe Mika, 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 Mika Nein, nein, nein Mika was Das ist so gelogen, Junge Ich war, ich war zusammen mit, äh, mit, mit, war das Dominik oder Justin? Ah, Dominik, Dominik Ich war mit Dominik zusammen da so ne Upload-Tast machen, dann ging das Licht aus, Dominik geht raus Jetzt warte Ich geh auf Dominik Lichter, ich seh noch am Rand des Lichts Mika wegrennen Jetzt meine Geschichte Ist unglaubwürdig Ist unglaubwürdig Ich bin da reingegangen Das stinkt mir von, das stinkt mir von oben bis unten Ich hab meine Pizza gegessen Aber die wichtige Frage ist ja, Mika schmeckt die Pizza Ja Warum ist Nils? Nein, es ist verredet Machen wir es, die mit uns denn Nein Dann diskutieren wir das noch mal aus Nils Du bist es Wo ist der Junge? Ich werde dich so rumregen Junge, das ist die Junge Nils Lass mich noch kurz ausreden, lass mich noch kurz ausreden Lass mich noch kurz ausreden Noch mal zu der Sache von vorhin Es lag im Raum, dass es ein Selfie-Port von mir war Ja Ich hab mich damit verteidigt, dass Mika Dass ich Mika gesehen habe, wie er ihn umgebracht hat Ja Wenn es ein Selfie-Port gewesen sein würde, hätte Mika ja auch gesagt Weil ich hab mein Argument mein Standort dran Das klingt mir viel zu auswendig gewernt Mika hat nicht direkt gesagt, nee nee, war Selfie-Port Er hat als erstes gesagt, ich war es nicht Also, dass er es selber nicht war Ja, was soll ich sonst sagen Jemand, der ihn getötet hat, sagt Ich war es nicht Aber wenn ich es nicht gewesen bin Dann würde ich sagen, war ein Selfie-Port Ja, ich war es doch nicht Ich war es nicht Ja, ich war es nicht Ja, weil ich ihn auch gesehen habe Davon ab Ja, dann sagt man doch als erstes Ich war es nicht Nils 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 Nils